Mein Name ist Herbert Ortner, ich bin Vorstandsmitglied der B&C Privatstiftung. Mein Name ist Erich Hampel, ich bin Vorsitzender der B&C Privatstiftung. Ich bin Mariella Schurz, Generalsekretärin der B&C Privatstiftung. Mein Name ist Wolfgang Hofer, ich bin seit dem Jahr 2000, seit dem Dezember 2000, seit der Gründung der Stiftung, hier im Stiftungsvorstand. Wir vergeben den Huschka-Preis nun bereits seit 15 Jahren und das, was mich ganz besonders daran freut, ist, dass er mittlerweile wirklich ein Fixpunkt in der österreichischen Forschungslandschaft geworden ist. Ich glaube, er zeichnet sich dadurch aus, dass er wirklich den Forscher in den Mittelpunkt stellt. Es ist auch eine Bereicherung für uns, jedes Jahr wieder zu sehen, welche Innovationskraft in den Köpfen österreichischer Forscher, österreichischer Entwickler steckt. Als Nicht-Techniker bin ich von allen Projekten wirklich begeistert. Und da sieht man, was in den österreichischen universitären Einrichtungen, aber auch in den KMUs für Potenzial steckt. Wir hoffen sehr, dass der Huschka-Preis auch in den nächsten 15 Jahren der größte private Forschungspreis sein wird. Und wir werden alles daran setzen, dass er das auch bleibt. Wir, die B&C Privatstiftung, stehen für die Förderung des österreichischen Unternehmertums. Und das versuchen wir durch die Förderung der heimischen Forschungslandschaft zu tun, weil wir daran glauben, dass das der Zukunftsfaktor Nummer eins für dieses Land ist. Deswegen ist der Huschka-Preis ein extrem wichtiger Beitrag. Und der Aufwand, den wir mit dem Huschka-Preis haben, ist groß. Aber das Thema ist es uns einfach wert. Man Doctorate Ich könnte die windsong eine große 올�kk disgust. Mit drei Tagen... Inhalt starst du D наша Unternehmert innych使用ben bautel. Von der Rückg chor с X andZ. Von derались vielen Tre racehens. Die Welt ist ein schwer Mond. Was ist ein Schmerz.